Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 101. Folge hier aus dem Razzle World Freizeitpark zusammen mit Josef. Hi Leute, auch von mir. Wir haben es in den letzten beiden Folgen gesehen. Wir haben eine komplette Special Rundtour über den ganzen Server gemacht, euch über die aktuellen Projekte informiert, gezeigt, was hier alles so entstanden ist. Und heute soll es jetzt mit einem nächsten Projekt weitergehen. Denn nachdem wir jetzt die letzten Tage einige große Projekte hatten, haben wir uns so mal ein bisschen drauf geeinigt, nochmal ein paar kleinere Fahrgeschäfte reinzubauen, ähnlich wie wir das auch schon hier zwischendrin gemacht haben, um einfach das Ganze hier optisch aufzuwerten und den Look des Parkes nochmal so ein bisschen zu boosten, ohne dabei immer direkt so auf die Kacke hauen zu müssen. Wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt mal vom Look des Parkes so weiter vor, dass wir den Bereich, der hier hinten schon ziemlich gut dicht besiedelt ist, weiter ergänzen und bis zum Start ausbauen. Das heißt, wir werden in der nächsten Zeit hier um diesen ganzen Bereich so ganz grob viele Geschäfte und Ähnliches aufbauen, die später mal hier durchgehen sollen. Angedacht für die heutige Folge ist jetzt ein nächstes wichtiges Geschäft, was man eigentlich so auf jeder Kirmes und auch in vielen Freizeitparks wiederfinden kann. Und zwar möchten wir ein klassisches Kinderkarussell bauen. Ich nenne es jetzt mal ganz einfach so, denn dieses Kinderkarussell darf natürlich nicht fehlen. Ich glaube, die meisten kennen es von euch. Wir haben sozusagen ein rundes Design von der Hütte, die wir haben. Darüber fahren dann im Kreis ringsherum einfach verschiedene Tiere, Pferde, Autos, je nachdem, wo auch immer man das hat, entlang. Die gehen meistens so ein bisschen rauf und runter. Und das war es eigentlich auch schon vom Fahrgeschäft. Genau das wollen wir hier umsetzen. Und dazu müssen wir uns noch ein paar Gedanken machen. Wir platzieren das jetzt hier, weil es auch besonders schick aussehen wird und man dann einen coolen Blick einfach hier auch auf den Start des Parkes, auf das gesunkene Schiff und auch auf das Breaking Ice Spiel hat. Hier vorne auf der Insel platzieren wir das Ganze und wir schauen mal, wie wir das am besten machen. Josef, du hattest schon die ersten Ideen gehabt, ne? Ja, ich bin so gerade ein bisschen Brainstorming für mich durchgegangen, was natürlich auch nicht schlecht wäre, wenn wir das im Piratenstyle machen, weil hier ja so ein Meer ist, da vorne so ein versunkenes Frack. Und ich überlege gerade, ob man tatsächlich in Karts sitzt oder ob wir es mit Booten machen, ja? Und dass die Booten dann so eine Art Wellgang rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter hergehen. Also wir können zwei Sachen wirklich gerne noch als Sitzgelegenheit sozusagen mit drauf haben, Josef. Ja, warte mal. Und allgemein hatte ich gerade überlegt, ob wir dieses Game nicht komplett auf dem Wasser bauen. Das heißt, dass wir diese Insel für noch was anderes nehmen, dass wir vielleicht nicht noch mal uns offen halten wegen diesem Schiff da vorne. und wir vielleicht das hier, vielleicht so hier hin bauen ins Wasser. Und ins Wasser weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Das Problem ist halt, dass es immer ultra viel Arbeit ist, halt diesen smoothen Übergang hinzubekriegen. Das ist halt nicht so doof. Ich hätte vorgeschlagen, so eine Art kleinen Steg zu machen, der dann zu dem hingeht. Und es reicht dann nur, den Steg an einer Seite fest zu machen. Und dann würden dann quasi, das Karussell würde dann hier im Kreis herumfahren. Lass uns das auf die Insel machen. Ich habe eine gute Idee, wie wir das auch verbinden können. Lass uns das ein bisschen erhöhen mit dunklem Holz, jetzt, dass wir so einen Steg machen. Okay, dann lass uns aber bitte, bitte, bitte nur irgendwie Landstiere hier laufen lassen. Dann würde ich nämlich noch eine zweite Attraktion machen, die dann quasi mit Delfinenreiten ist. So, ich hatte überlegt, so eine Art Delfinenreiten. Das und Wasser, das ist auch eine gute Idee mit Delfinen. Ich hatte halt drum gebeten, dass wir neben den Booten noch Pferde nehmen und Schweine. Das sind halt alles Tiere, wo du dich drauf setzen kannst mit dem Sattel. Okay. Dann lass uns Boote, Schweine und Pferde nehmen, die hier sozusagen im Kreis rumfahren. Wäre es möglich, Janus, dass wir das dann vielleicht doch nicht auf dieser Insel bauen? Okay. Dann lass uns nochmal einen anderen Platz aussuchen, denn diese Insel hat tatsächlich dann doch eine Sache, die ich später mal mitmachen will. Und zwar vorliegen diesem Schiff hier hinten möchte ich da gerne was mitmachen. Okay, gut, kein Problem. Dann lass uns das hier oben auf der Kante machen. Gerne. Ja, gerne. Ich denke, man sieht dann von hier oben runter. Dann müssen wir nochmal überlegen, was wir da unten hin machen. Lass uns das mal hier so leicht versetzt auf der Ecke hier machen. Ich werde mal hier die Bäume ein bisschen mit dir zusammen abreißen. Genau. Denn mir ist nämlich gerade so eine hübsche Idee gekommen für ein Delfinereiten tatsächlich. Und das würde ich gerne auf dieser Halbinsel beginnen. Da steigt man dann auf die Delfine auf und die flippern dann so ein bisschen um das Schiff herum. Ja, stimmt. Das ist bestimmt keine schlechte Idee. Das könnte man dann ganz cool machen. Es gibt auch ganz, ganz viele Wasserstelle, die wir dann auch theoretisch machen können, Josef, mit Tauchspielen, wo man sozusagen eine Strecke entlang tauchen muss, gegen die Zeit irgendwie taucht, wir Hindernisse sozusagen spawnen lassen. Also im Wasser gibt es noch viele coole Elemente, denke ich mal, die wir hier irgendwie platzieren können, wenn wir wollen. Da steht uns, denke ich, vieles offen. Ich glaube, die Bäume fällen wir jetzt hier nochmal ganz kurz zusammen. Und dann haben wir auch schon genug Platz geschaffen, um dieses Fahrgeschäft zu bauen. Ich werde jetzt gleich erstmal noch ganz, ganz schnell mit euch zusammen einen Kreis auslegen, der sozusagen den inneren und äußeren Teil ausmacht. Ich hatte mir nochmal ein paar Bilder angeschaut, wie diese ursprünglichen alten Kinderkarussells-Fahrgeschäfte aussehen. Und bei vielen ist es halt so, warte mal, die nehmen wir nochmal raus, weil sonst die spawnen die nicht, ist es halt so, dass tatsächlich ein innerer Kreis da ist, wo die ganze Technik, Mechanik und sowas alles drin ist. Und dann halt ein äußerer Kreis, auf den die Mops und Tiere fahren. Und genau das wollen wir hier mal einziehen. Die Bäume verschwinden jetzt. Ich nehme jetzt mal wieder hier unser typisches Holz. Und damit legen wir einmal die Formen aus. Nicht wundern, ich muss einmal kurz hier, zack, mein Kreisberechnungstool benutzen. Und dann können wir mal schauen, wie wir das machen. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn wir eine Einsammitte haben, Josef, oder nicht? Ja, immer. Eine Einsammitte. Okay, wir stellen den Kreis jetzt mal auf 17 mal 17 ein, sodass wir hier ganz entspannt auch die richtige Größe haben. Ich glaube, das sollte groß genug sein. Wir müssen uns bloß festlegen, oder wir machen mal 19 mal 19. Das kann durchaus ein bisschen größer sein, das Geschäft. Und dann bauen wir das mal auf. Wir müssen bloß jetzt mal schauen, wie viele Blöcke wir brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Blöcke von der Mitte sozusagen am Platz. Und ich würde jetzt mal das ganz, ganz grob mit dem Augenmaß hier abschätzen und sagen, hier kommt einmal die Mitte hin. Und wir starten von hier außen und gehen hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eventuell gehen wir nochmal einen nach hinten. Und jetzt ziehen wir einmal das Layout hier hin. Josef, wenn du willst, kannst du mir einmal hier helfen. 5 Blöcke sozusagen an die Front hinter den Holzsachen. Und dann jeweils 2, 2 Blöcke, die hier sozusagen aufeinandertreffen. Dann machen wir 2 in die andere Richtung. Und dann gucken wir mal, ob wir uns hier nicht verzählt haben. Ne, doch, hier haben wir uns tatsächlich um einen verzählt. Josef, warte, wir müssen das noch ein bisschen verändern, aber das ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir nochmal hier hin, machen hier 3 Blöcke wieder hin. Und dann, zack, 5 Blöcke haben wir hier sozusagen das Fahrgeschäft aufgespannt. Der war zu viel, warte mal, zack, zack, zack. Und dann haben wir hier gleich schon die Größe des Kreises einmal festgelegt. Der geht dann hier einen Block nach hinten, hört hier entsprechend auf. Und die sind dann auch ein weiter nach außen. Und das ziehe ich jetzt hier einmal rum. Das füllen wir dann nachher entsprechend von der Optik so auf, dass es halt eine große Fläche wird, auf der man nachher entlangfahren kann. Hier rum einmal, hier rum einmal. Und dann haben wir den Kreis hier auch schon. Zack, 2. Okay, hier hat es perfekt gepasst. Dann habe ich mich wahrscheinlich irgendwo verzählt. 2, 2, 2. Und hier auch noch das Gleiche. 2 rüber. Nochmal 2 rüber. Und hier drehen wir das einmal. Und dann hier 1, 2, 2, 3. Der hier kommt wieder raus. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich die Mitte. Und dann haben wir jetzt den Kreis im Grunde genommen auch gleich fertig. Und unter dem müssen wir halt auch die ganze Technik verstecken. Ich glaube, von der Technik, Josef, funktioniert das ja alles so, dass wir hier wieder zwei Schienensysteme haben, auf denen die Mobs entlangfahren werden. Hm. Gut. Das machen wir drunter. Das ist kein Problem. Genau, ich denke auch, das sollte kein Problem sein. Wir müssen dann halt gucken, wie wir die Schienen verlegen. Aber das ist jetzt erstmal die Grundfläche, in der wir das Karussell bauen. Und ich werde es nochmal einen Block weiter in den Boden versenken. Das wird, denke ich, das nachher passieren. Und wir legen jetzt noch einmal einen kleineren inneren Kreis fest, der sozusagen das Fahrgeschäft ein wenig abtrennt. Dahinter kann man dann während echten Leben die Technik verborgen. Wir gucken mal kurz. Ich glaube, 7x7 ist eine gute Größe, die man hier ohne Probleme nehmen kann. Und die setzen wir jetzt einfach mal um die Mitte herum. Das ist die Position. Das füllen wir mal auf. Das sind einmal zwei Blöcke in die Richtung. Und dann machen wir hier, zack, einmal die Umrundung hin. Und hier das einmal hin. Da gehen wir aber jetzt direkt schon auf die richtige Höhe. Wenn ich das einmal so sehe, zack, 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 zack. Und dann haben wir hier den inneren Teil gleich auch soweit schon mal aufgefüllt. Den können wir dann nochmal abtrennen. Das geht nochmal eine Linie hier außen rum. Und jetzt nehmen wir uns, was sollen wir nehmen? Festes Holz. Ich glaube, ja, wir nehmen mal jetzt hier die ganz normalen Spruce-Blocke und setzen die hier so im Kreis drum, dass es passt. Also drei Blöcke jeweils hier. Einen hier. Und dann haben wir hier die Umrundung. Warte mal. Falsch sogar. Wartet, wartet, wartet. Hier werden es drei. Das hier ist die Mitte auf der Seite. Dann ein hier. Dann hier drei. Hier ein. Hier vorne wieder drei. Hier ein. Und dann haben wir hier auch gleich schon den Look vom inneren Teil des Fahrgeschäfts fertig. Und diesen Bereich, den wir jetzt hier sehen, den ziehen wir sozusagen gleich hoch. Und dann haben wir hier das Fahrgeschäft und die Fläche, die man betreten kann. Das müssen wir natürlich dann noch mit verschiedenen Zäunen hier einmal abgrenzen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten von der Höhe machen. Es wird nachher an den Seiten, die offen sind, Stangen geben, die das Fahrgeschäft so ein bisschen abstützen, nenne ich es mal in Anführungszeichen, sodass man halt gut reingehen kann. Und jetzt gehen wir erstmal in der heutigen Folge ein bisschen an die Proportionen und schauen mal, wie hoch das Ganze sein darf, sein soll. Zack. Wir gucken mal. Das ist ja schon relativ breit von der Höhe. Ich würde fast sagen, dass es ungefähr so hoch sein darf. Das wird jetzt so ein Stoffdach, was wir hier aus verschiedenen, ich glaube, Wolltönen am besten bauen, dass so nach unten geht. Und wir müssen mal gucken, wie hoch wir das von der Höhe machen. Ein Block wird das gleich noch im Boden versenkt. Ich denke mal, ja, von der Höhe wird der Höchstpunkt so ganz gut sein. Und dann werden wir das so machen, dass sich das hier über die Seiten so ein bisschen nach unten hängen wird. Und dann haben wir hier eine Höhe von dem hier, Josef. Ich glaube, das passt ganz gut, ne? Ja. Oder würdest du es noch höher machen? Ich glaube aber, wenn das so ein Spitzdach ist, dann ist es so ganz gut von der Höhe. Spitzdach, finde ich, passt besser zu so einem Karussell, ja. Gut, dann lass uns da nochmal ein bisschen dran arbeiten. Das Karussell von außen müssen wir nochmal schauen, wie wir das genau machen. Ich denke, wir machen einen Holzrahmen, der das Ganze einfässt. Das Ganze soll eher so ein altertümliches Karussell vom Look sein. Ist es meistens auch. Wir nehmen uns dazu nochmal die Slabs und fassen das. Ja, sollen wir es mit Holz einfassen, Josef? Ja, ne? Ja, klar. Also ich will es komplett hier. Wir machen das vom Holz und machen das mal so, dass es jetzt hier einmal entlang geht. Das wird jetzt auch genau die gleichen Maße im Grunde genommen haben, wie wir das hier gemacht haben. Und dann haben wir das einmal so entsprechend eingefasst, zack, dass wir hier dann das Zeltdach gleich aufspannen können, was einmal über das Karussell drüber gehen wird. Die Fläche nach unten vertiefen wir nochmal einen Block, dass es halt auf der Ebene ist, wie das auch hier vorne ist. Und dann müssen wir mal schauen, welche Farben wir nehmen. Hast du schon einen Wunsch oder eine Idee, Josef, was man als Farbkombination für das Dach nehmen würde? Ich hätte jetzt gesagt, dass wir was zweifarbiges, in Anführungszeichen, nehmen. Ja, wir sollten es nicht zu quietschig machen, dass es sich halt immer noch ins Ambiente reinpackt. Also es sollte wirklich schon diskreter sein von den Farben hier. Ich weiß noch nicht genau, was da am schönsten aussieht. Also ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass wir weiße Wolle als einen Farbton nehmen. Weil weiß passt halt ganz gut, dann hat man halt die andere Farbe als Kontrast. Und dann kannst du mal kurz am besten in dein Farbinventar oder Wolle mal kurz eingeben und überlegen, was man macht. Wenn du sagst, wir wollen so einen, ja diesen, ich nenne es jetzt mal Machigaran-Look haben, den wir hier überall im Freizeitpark haben, dann sollte es halt irgendwie nicht rot unbedingt sein oder sowas. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu arg auffällig, aber wir könnten eine andere Farbe dann nehmen, die wir hier nehmen, um sozusagen das Haushalt aufzubauen. Wolle oder vielleicht diese Farbwahl hier? Ja, das wären die Clay-Töne, beziehungsweise Terracotta-Sachen. Die wären natürlich ein bisschen Machigar und nicht so poppy von der Farbe. Ich würde vorsichtig sein, dass wir nicht zu poppy sind von den Farben hier, weil man das sich halt nicht zu stark beißt mit dem. Sonst lass uns doch, Josef, drei Farben nehmen. Guck mal, die anderen Baustelle, die du bis jetzt hast, das passt halt übelst gut und jetzt haben wir plötzlich so ein Quietsche-Dach. Ja, lass uns doch die Farben nehmen, Josef. Also kannst du mal auswählen. Andererseits, vielleicht nehmen wir weiß und rot, weil das sieht, ja das sieht schön aus. Das wären jetzt drei Töne, die wären alle so auch von den Farben mit dem Weizenmuster drin. Ja, das ist gut. Ich würde dann sozusagen mit Weiß die Grenzen machen und dann die Farben so, ich glaube in Streifenform hier jeweils von der Mitte runterlaufen lassen. Ich glaube, das könnte was sein, was ganz cool aussieht. Da müssen wir nochmal schauen. Das hier ist aber die Mitte, das passt auch ungefähr. Und da können wir jetzt hier mal das Dach im Grunde genommen drauf aufspannen. Und ich werde so machen, das werde ich jetzt aber gleich in der Folge bei Josef machen, dass ich mir unser Plotz im Grunde genommen nehme, also den Kreisberechener nehme und einfach verschiedene Kreisformen hier runterlaufen lasse. Und die werden wir dann entsprechend einmal einfärben. Das kann aber hier so schon mal gut die Mitte sein, die so ein bisschen sich linienförmig hier nach unten ausbreitet. Und dann werden wir abwechselnd jeweils die Viertel, die sozusagen entstehen, zack gegenüber mit den jeweiligen Farben auffüllen. Und dann passt das von der Optik, denke ich, hier ganz gut. Und dann geht das hier so runter und dann wirkt das Ganze auch nicht zu übertrieben. Die Stangen, da können wir auch nochmal kurz schauen. Dann nehmen wir einmal entweder die Iron Bars, das wäre die erste Möglichkeit. Finde ich, weiß noch nicht ganz so gut. Oder wir nehmen hier halt die Oak Fences, die wir zur Verfügung stehen haben und schauen mal, wie wir es da machen. Josef, komm mal zu mir. Da kannst du mal kurz mithelfen. Also entweder wir machen die Stangen, die sozusagen hier das Karussell außen abstützen. Entweder aus Holz oder aus Eisen. Was meinst du? Kabel? Ich finde das so ein bisschen zu schwer. Zu dick. Das könnte man, ja, so könnte man es auch machen. Würdest du dann den hellen Holz toll nehmen oder den dunklen, ne? Ich würde den dunklen nehmen, damit wir mal einen Kontrast haben. Gut, dann lass uns das so machen. Das können wir jetzt auch nochmal schnell machen. Und dann hat man schon mal ungefähr eine Ahnung, wie man halt so ein Karussell hier designt. Ich lege mal kurz die Eckpunkte fest. Josef kann in der Zwischenzeit schon mal das Holz nach oben draufsetzen. Zack. Zack, ich glaube, so wird das ganz cool aussehen. Hier machen wir das einmal. Und hier machen wir das einmal. Ein Einser könnten wir, wir müssen mal kurz mal gleich nochmal schauen, ob wir eventuell doch ein Einser hier sozusagen draufsetzen. Und zwar könnten wir die Fläche, die hier ist, auch einmal innen drin verbinden. Ich glaube, das sieht fast besser aus. Und dann können wir hier auch ein Einser hinsetzen, dass wir nicht die Stangen alle zu dicht beieinander haben, sondern auf einer Linie. Gucken wir mal, wie das hier gleich ausschaut. Dann nehmen wir nämlich die hier raus, setzen einfach einen hier hin. Und dann haben wir, ich glaube vom Look, das ist soweit schon mal ganz interessant. Und ziehen jetzt hier mit Holz einmal die Stützen hoch. Und dann können wir gleich mal schauen, wie es insgesamt wirkt. Und dann ist im Grunde genommen nur noch Detailarbeit gefragt. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir viele interessante Elemente drin haben. Und so, ja, Einbuchtung im Holz oben. Da werde ich gleich nochmal schauen, dass man da vielleicht ein Muster hinkriegt, dass das alles ganz gut aussieht. So, das geht jetzt hier einmal in lang. Und dann sind wir vom Look auch soweit gleich schon mal soweit, dass wir hier einiges haben. Das füllen wir nochmal auf. Okay, Josef, ich muss gleich nochmal einen Block nach unten gehen. Das mache ich gleich nochmal eine Ebene tiefer. Das heißt, wir haben da eine Dreierholzkonstruktion hier. Das hatten wir jetzt gerade übersehen. Aber das kriegen wir schon hin. Und dann füllen wir das ringsherum mal auf. Das ist jetzt einmal kurz wieder der erste Entwurf. Gefällt mir vom Look, aber so denke ich ganz gut, Josef. Das sollte nicht zu auffällig sein. Ich finde es auch gut. Kann man sich gut was darunter vorstellen. Ja Leute, ihr seht, so einfach kann man hier schon so ein einfaches Karusseil entwerfen. Das sind so die Überlegungen und Gedankenwege, die wir beim Design hier so haben. Wir werden uns jetzt in der nächsten Folge bei Josef so ein bisschen an die Technik und auch an den nächsten Look teilmachen. Und bei mir geht es dann übermorgen weiter. Ich sage an dieser Stelle jetzt danke fürs Zusehen und bis morgen bei Josef oder übermorgen bei mir. Ciao Leute. Ciao.